Bonsoir, Mesdames et Messieurs, ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Je m'appelle Dr. Dr. Hugo I. Weiss, weiß wie der Schnee und ist er gelb. Sollten Sie ihn nicht essen. Sie merken, Humeur ist eine sehr wichtige Angelegenheit pour moi. Et pourquoi bin ich auch eine kleine Scherzkeks? En français, un Biscuit d'Humeur. Ich arbeite seit zwölf Jahren in die Verarschung, in die Verarschung, in die Forschung für die Pharmakonzern La Rochaud. Ich arbeite aber nicht nur in die Verarschung, in die Forschung, sondern habe in den letzten zehn Jahren auch als Testperson Pileli und Zepfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschwügt. Geschwügt, geschwügt, geschwügt. Ich möchte Ihnen in meinem kurzen Referat belegen und beweisen, dass die übertriebene Kritik, insbesondere was die Nebenwirkungen von Pillen und Beland, von der schreienden, schreienden, von der schreibenden Presse, total übertrieben, aus der Luft gestompft und aus dem Boden gegriffen, Ich, 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 Schie, Merz, Druck, Güld, Scheizenbrechen. Es ist nicht wahr, dass wir den Ärzten Ferienreisen bezahlen, nur um sie so zu manipulieren, dass sie unsere Produkte kaufen. Und es ist nicht wahr, dass ein Drittel aller Patienten an den Nebenwirkungen von Medikamenten stirbt, zumindest nicht reich und das macht mich wütend, 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 schrie, nervig, trotkühlig, heiße. Wir von La Rochelle sind kreativ und geben ihren Leiden einen Sinn. Wir wollen ihr Leben mit neuen und unbekannten Krankheiten bereichern. Schmerzen können auf Freude machen und Schmerzen halten sie auf Trab. Und deshalb erfinden wir immer wieder neue Krankheiten wie Hypertivität, Penisneipotenzörungen und ganz, ganz schlimm die Schwangerschaft. Wir ertragen es einfach nicht mit ansehen zu müssen, wenn sie nicht merken, woran sie nicht leiden. Sicher wollen sie von mir hören, was ich in den letzten zehn Jahren als Testperson an Pillili und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und ge- Geschmückt habe. Also ich habe Pillili gegen Kopf-, Alts- und Ohrenschmerzen, gegen Migräne, Moräne, Arthritis und Bronchitis geschmückt. Habe Impfungen an mir machen lassen gegen Malaria, Himalaya, Hochfuß, Zentfuß, Mittelfuß, Bleifuß, Tüffuß, Mumpf und Forelle-Blau nach Müllerin-Arch. Et le Resultat? Le Resultat? Ich bin immer noch voll in Schiss. Und leider bis dato an keinen nennenswerten... Nebenwirkungen. Im Gegenteil, ich fühle mich jung wie ein... Re, Re. Ein Exempel. Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich, dass man heutzutage die uns allgemein bekannte und lästige Grippe mit Essig-Schökeli und Zwiebel-Wickeli ausrotten, vernichten und bekämpfen kann? Moi pas, non, et pourquoi? Weil wir zuerst mit einer genauen Analyse... Äh... Analyse, non. Analyse feststellen müssen, um welche der Zick-Zick-Zicke-Zicke-Zicke-Zicke-Heu-Heu-Heu-Heu-Zicke-Heu-Heu-Heu-Zicke-Heu-Heu... Tausenden Grippen es sich ondelt, ondelt es sich um die... Vogelgrippe? Oder müssen wir der eiligen Grippe von Bethlehem den Kopf ansorgen? In Ihrem Magen erst Krieg, und in Ihrem Magen wird entschieden über Krieg oder Frieden. Tolstoi, Schiemär, Trutgül, Scheißen, René... Blum... I will la France, moi, je suis le... He-he... He-he... Also... Was ist zu tun, qu'est-ce qu'il faut faire? Wir gehen gegen diese Viren, gegen diese Bakterien, gegen diese Arschlöcher, mit einem gezielten militärischen Präzisionsangriff vor. Mit einem Chang-Angriff, eine Pille die von oben und eine Zäpfel die von unten. En France, c'est un Torpede de Trutgül. Wird die grippale Invasion eingekreist und angekesselt, und in einer zweiten Phase attackiert, ausrangiert, gemördert und die vierteilt. Und dann können Sie Ihre beschissene SX-A-Kalibit-Vivel-Vickeli dorthin stecken, wo Sie wollen. Aber ich garantiere Ihnen, es hat kein Platz. Et encore une fois. Merci. Et encore une fois. Et encore une fois la presse. Die Presse, wir wissen, wer diese schmutzige Kampagne gegen uns führt. Es sind diese alten, naiven... Diese alternativen Mediziner. Sprich, diese Osteopathen, diese Esoteriker und diese ganze schwule Gesindel von Homopathen. Nur weil wir eine Arschlöcke, eine Arschlöcke gefunden haben. Und nochmals, ich verwahre mich für jeden Angriff, dass billengefährliche Nebenwirkungen haben und zum Tode führen können. Merci beaucoup, Chris.